Hallo, was geht denn ab? Ich bin der Michael und das ist so ne Jump'n'Run. Aber ich hab noch andere Freunde, ne? Wo sind denn die? Mondo, wo bist denn? Ich bin in einem rosen, ähm, rosanen Errorraum. Ja, hier ist alles rosa. Außer dem Boden. Hey, das ist Exo. Ich seh alles hier Lila. Ich hab ne Gondel gestartet. Cool. Und hey, ich bin schief. Ja, vergiss es. Ich sollte öfters. Ne, egal. Wir sind ja nur bei TTT und ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Hier gibt's null Waffen. Ja, da hinten geht einfach ne Gondel ab oder was auch immer. Ja, das war ich und ich hab den Trader-Taster, glaub ich, gefunden. Ja. Nein, wir benutzen den nicht. Nein, wir benutzen den nicht. Nein, wir benutzen den Gondel. Ach, scheiße, die Gondel. Gibt's hier Waffen auf dieser Map? Ich glaube nicht. Ich auch, aber ich hab keine gefunden. Gefunden. Bei dir war das in der Kiste. Oh Gott. Äh, fahren da Räume hin und hier? Oh Gott. Das war ich. Oh, die Tür geht automatisch wieder auf. Okay, gut. Was? Was ist das denn? Ich bin ein Grab und hier ist ne Leiche. Achso, das sind Rohre. Halt mal das. Ich hab mal einen Schlangen gehört. Kennst du nicht, ne? Leute, ist jemand denn meine? Ist ein schwebende Melonen. Cool. Ich hab grad einen. Stopp. Stehen bleiben. Wer den Sägewerk reinlauft, glaubt und tut. Ne, ich hab nicht. Aber ey. Ne, 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 ne. Hey, ich hab's keine gefunden. Cool. Ich geh mal in den Waffenlager, wo draufsteht der Amor-Shop. Wo ganze Haare treffelt, wo Waffen. Ich geh mal da rein. Was? Oh, was für ein Zufall. Aua. Aua. Da gibt's keine Waffen. Keine Ahnung, da gibt's keine Waffen. Ich hab geguckt und ich komm da nicht durch. Extra, lebst du noch? Extra? Extra ist tot. Ich seh gar nicht. Er ist tot? Ich leb noch. Nein. Ne, der ist ja hier gestorben, bitteschön. Ich hab dir ne Leiche vor mir. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wohl ne Fake-Leiche. Schief ist es. Er hat nen Boomerang. Schief ist es. Ich hab'n gefunden, der lag aufm Boden. Ja, 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 ja. Ich hab'n gefunden. Moni Pei, Moni Pei ist tot. Ja, was soll ich denn machen? Ihn Tod knüppeln oder wie? Ja. Ich hab keine Waffe. Ich hab' keine Waffe. Soll ich den am besten anderen machen? Ich bin es nicht. Du bist es. Ich hab' keine Waffe. Ich bin es nicht. Moni Pei ist tot. Das ist eine echte Leiche. Und? Du hast den auch umgebracht? Nee. Ich hab' nur... Ich hab'... Ich geh' den Raum hinein und hör' auf einmal... Und dann seh' ich ne Leiche vor mir. Und Bumerang aufm Boden. Du bist jeden Tag Leichen. Na, wie... Na, wie du... Na, wie du hier um dich herumwirfst. Hey, wer ist da drinnen? In... 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 In welcher lila Raum? Naja... Alles ist wieder einer in unseren Augen. Naja... In ein... Naja... Wo drauf steht hier... Brick Shit... Brick Shit Haus. Brick Shit Haus. Shit Happens. Nee, er sagt jetzt... Chief Assist! Ich hab' grad... Ich hab' grad'n Knopf gedrückt auf'm Dach. Mhm. Und da ist irgendein Laser. Wo bist du Chief, du verdächtiges Fein? Das ist Exos. Äh, es ist... Es ist... Es ist... Ich bin es nicht! Du... Ich hab' grad Exos umgebracht mit dem Bumerang, den du mit Munti umgebracht hast. Echt jetzt? Pass auf! Guck, oben in der Ecke! Äh, äh, du... Boom! Exos, bist du wirklich tot? Ja, er ist tot. Er kann nicht mehr reden. Das heißt, du und ich leben und du bist der einzige Überlebende und du hast Munti mit dem Bumerang umgeknallt. Jetzt hab' ich Exos mit dem Bumerang abgeknallt und der ist gerade ins Nevada geflogen. Puh! Und ich hör' grad'n Fenster steppern. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt ehrlich gesagt. Hä? Wo bist du denn? Ah, der Laser hier oben! Exos... Exos hat... Ernst? Exos hat wirklich einen Laser aktiviert. What the fuck? Nice. Wo bist du? Na, da wo du nicht bist. Gut für mich. Alter, ich weiß nicht, brauch' ich einfach mich nur zu verstecken und abwarten, bis der Time abläuft. Was ist alles? Das ist mein Dreck! Oh, ich hab' den... Was ist das? Health... Ach, ich glaub' hier... Ich glaub' hier kann man sich Sachen kaufen. Kann das sein? Ich bin im Kauf-Shop. Ich könnte's. Excuse me. Was? Alter, ich hab' mich vor zwei Strang erschrocken. Von dir und vor... Nehm doch den Bumerang auf! Hab' ich schon! Ich meinte eigentlich schief! Achso... Ja, ich hab' volles Leben, cool! Bleib' stehen! Nö! Lass' den Scheiß! Und jetzt bräuchte ich eigentlich so Benny Hill Musik. So... Ich auch! Achso... Achso Handy neben dir? Mach doch an! Mann, ich hab' die Musik! Ich hab' den Handy! Skelly, es gibt noch eine zweite Tür für uns! Die hab' ich grad... Ich nut' die grad, ich bin durchgelaufen. Söhn, du hast diesen scheiß Radar gekauft! Du hast den nicht eingebaut, das Radar! Der Radar ist ganz oben! Das ist ein Standard-Modell! Das kann man nicht entfernen! Und... Installieren! Oh Scheiße! Hab' dich ge... Alter! Oh Gott, hier ist gefühlt alles Lieder! Du wirst doch einfach verlieren! Tschüss! Du bist so dumm, aber okay! Ich hab' nicht gespawnt! Hast du ihn geflogen? Ja, wo hätt' der denn sonst hin sollen? In deinem Bumerang? Ja, einmal in Bumerang! Ich bin in Gefängnis geschmissen worden! Da gehörst du hin! Ah, hier gibt's sogar... Es gibt sogar einen legalen Weg! Hier gibt's ja aber keine Waffe, ey! Wer hat ja keine Chance gegen den Traitor! Ja! Ja! Vor allem, als ich mal rumgeflogen bin als Testversion, waren hier Waffen und ich glaub' der... Ich glaub' der Elevator ist standardaktiv! Und ich geb' auch Mühe und such' die Musik raus! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, bitte! Oh, jetzt hab' ich hier auch! Das hab' ich hier auch! Das hab' ich hier auch! Ich hab' ja auch jetzt wieder raus! Hm... Vor allem, ich hab' mir wirklich Leben gekauft in diesem Raum, wo du warst, Scully! Hier sind aber wirklich keine Waffen, auch nicht in den Küsten! Hab' ich doch gesagt! Hast du eine tolle Mose rausgesucht? Ähm, hab' rausgesucht! Hm... Ich bin ja von hier draufgegangen, wo ihr draufgegangen seid! Punkt! Halt die Kusch! Ich bin ja auch als erstes hier draufgegangen! Hm... Das ist eh gut deine Schuld! Scheiße, ich bin innocent! Ich ja auch! Also extra, das verprügeln wir einfach! Nee, ich bin Mord! Ja, ja, ja! Ich bin Mord? Gott! Ach so! Ich bin Mord! Oh Gott! Gib mir Waffen! Gib mir Waffen! Hä? Wo bist du? Ich will auch Waffen! Ich hab' ja... Du musst auch was dafür tun! Ich hab' mich gerettet! Ihhh! Na gut! Hey, Traitor! Wer immer du bist hier, ähm... Wenn du mich am Leben lassen tust... Ach was, was kimm ich einfach um... Alter! Nix da! Das bringt doch gar nichts! Okay, Skelly, isses! Du bist doch so dumm! Ich geh' auf der Safe-Zone! Ich muss mit der Gondel hinflauen! Dir ist schon klar, dass die Gondel von Traitor in die Luft gejagt werden kann! Ernsthaft? Jupp! Aber... Wo ist denn der Anfang davon überhaupt? Wie bitte? Wer schmeißt denn bei der Gondel Sachen runter? Keine Ahnung! Ach, hinten! Exos! Bist du das? Jetzt bist du! Möglicherweise! Hinter dir! Ja? Was? Du musst doch warten bis ich Gondel... Du musst warten bis ich Gondel baut! Ganz toll! Was sollen diese Bierdosen überhaupt? Ich hab irgendwas aktiviert oder deaktiviert wieder! Ich komm gleich zurück! Moni, das ist echt ne super Runde, die wir uns da ausgesucht haben! Ja, schweiß ich die ganzen Sachen da schön runter! Ich mach keine Fässer! Weg mit den Fässern! Alter! Die haben irgendwas aktiviert! Ich auch! Aber ich weiß nicht was! Ich will noch mehr mit der Gondel fahren, weil jetzt ist sie grad nur da! Gleich ist sie wieder weg! Was passiert, wenn ich beim X bin? Nein? Okay! Nichts! Da war ein Energy Drink! Bei... Beim X? Hä? Hä? Wie geht die... Hä? Wer hat die Scheiben kaputt gemacht? Wasche Scheiben? Wasche Scheiben? Wasche Scheiben? Ich hab's gelegt! Exus, du plüßt! Exus, aber du bringst mich nicht um, okay? Er... Er bringt dich doch eh um! Du mit was? Ich... Ich hab's gelegt! Exus, du plüßt! Ja, das... Ich wäre lustig, wenn ich denn das so wäre! Er ist jetzt ist es! Exus ist es! Er hat mich eingefroren! Oh Gott sei Dank! Er ist zu spiel der mich! Er ist zu spiel der mich! Ja, ich bin... Oh gut! Und jetzt belebe ich dich wieder! Du hast den erstlichen verbrügelt! Wow, cool! Oh, danke! Ja, bitte! Das ist... Also... Hätte ich mir ein Spiel kaufen müssen, wo man sich prügelt, hätte ich das auch im Realife tun können, wirst du? Warte hier! Warte hier! Warte hier! Warte ich... Lass den hier fallen! Bitteschön! Mist! Pfff! Super! Ich kann mir einen neuen kaufen! Ich muss den... Du weißt schon, es gibt einen... Du weißt schon, es gibt einen Raum, wo draufsteht Credits! Man kann sich dort glaube ich... Ja, bitteschön! Und jetzt... Das ist... Du musst dich beeilen! Warte! Ja, stell dich doch nicht dahe... Ja, ne! Jetzt... Du weißt eigentlich, wie sieht sich das aus? Ich hab einen! Sieht das auf? Was macht ihr da? Keiner... Ich kann den... Ich kann den... Ich kann den... Das ist cool! Immer fähig! Wir sind an ihren geheimen Sex-Dungeon gefangen! Ah, ich seh dich! Hey, Monty! Hallo! Hallo, Nachbar! Halt doch die Klappe! Ja, toll! Da kann ich dich nicht wieder beleben! Es gibt... Es gibt... Es macht niemand da! Ich schulde den Bubacher! Ja, Tim ist gerade in den Toten sprung! Entschuldigung! Entschuldigung! Der hat die Gondel verpasst! Selber schuld! Ja, ich bin noch da mit der Fisk-Skan und Bum... 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 Wo steht denn das überhaupt? Ein! Cool! Wir sind safe, fresh! Kann man Monster kaufen? Das heißt, er kann sich vielleicht noch eine Sache kaufen! Nee! Teleportation! Ich kann alles hier, so wie es aussieht... Ne, ne, ich kann ihn nicht... Man hört übrigens bei mir in der Aufnahme... Dein Klick-Klick mit der Monster! Geh so, komm, schau! Halt die Klappe! Meinst du mein? Ja, dein! ja es tut mir leid wie soll ich das ändern die leiste klick klick was wirst du aber tastatur hört man nicht manipuliert man das bei dir ich höre dich nicht ich meine manche schon aber ich meine den klicken nicht ja also dann schief er ist irgendwas sich dann an dir okay schlag ich halt nach ihr habt euch geschlagen und falls es doch mal ich das haben ja das höre ich nebenbei die angst dass er bei mir in der nähe irgendwo ist also ich brauche ich weiß wie ich loswerde also wenn du uns verschont wäre das netz über der zeit und stehlich gegen gleich ein paar die gewinnen gleich ein paar minuten vollidiot keine dann habe ich gewonnen leider aber monipier ist ganz anspringen geflogen ich habe jetzt mehr zeit weil ich ihn gekillt habe leider ist außerhalb der map geflogen was hast du gegen uns ey warum schmeißt uns runter wir haben dich auch lieb manchmal ja bleib weg mit dem fass wo bist du jetzt gekommen ich hab dich gar nicht gesehen ja vielleicht da einzelnen wege wo es hoch geht ach so nee nee weil ich dachte du musst durch ja ja bin ich aber ich habe die treppe genommen ja aber ich dachte du kommst hier und musst zumindest durch das mittelstück hier dann stand ich da oben und habe geschaut ob du da von unten kommst wenn du da um die ecke gegangen wärst wäre ich runter gesprungen oder mit den dingen runter und wäre es abgehauen im untergrund mein gedankengang im untergrund da so eine pinke kanalisation da bin ich durch viel spaß ach so ja habe ich gesehen die sind schlecht für mich also ich benutze glaube ich diese folge nicht wirklich für youtube ich weiß nicht bis jetzt war schon echt spannend echt der leute rumzulaufen leute mit crowbar zu hauen ja irgendjemand beim tot wir können uns theoretisch auch schnell einfach umbringen und dann einfach schnell zum nächsten map machen wir das jetzt map wechselsystem machen eigentlich komm ich glaube wir machen das jetzt mal wirklich wir bringen uns einfach mal gleichzeitig um da können wir glaube ich gleichzeitig umbringen also ja der zweite musst du verrecken das ist alles aufnahme beenden na mondi aufnahme ben ich weiß nicht ich glaube wir ziehen das einfach jetzt mal durch sprich der trader springt einfach runter und den adress können wir uns denken habt die beiden spaß ja ja mach doch mehr ich will mitmachen gut idee naja ich werde ja weg sein bevor er mich verprügelt gut idee auf chief mal alle auf chief ja auf chief ja okay ja okay glaube ich ich gehe jetzt nicht kaputt keine ahnung ja 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 obwohl das so eine lustige folge finde ich eher ja das hier hat es schon aber ich bin ja ich bin ja ich stehe ganz hinten ja ja verprügelt ich bin selber weg auf chief er ist es ja ich bin traitor tschüss ja ne ich bin traitor die tür kann man nicht mehr öffnen du musst mal abwarten die zeit oh es gibt einen zweiten weg ja da bis der angekommen ist bin ich schon längst über alle himmelswege ja du bist ja nicht da wo die gondel ist doch nein die gondel ist da hinten die gondel ist auch hier bei mir wo ich jetzt bin oh scheiße pack 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 oh hier ist ja ah es gibt zwei in der weg cool hol ich nope in der ecke welche ecke in der gondel alter wie geil das also hä wegweil tschüss nimm dir den bummerang der liegt bei dir drin oh was ich will ja den fliege einkaufen scheiße als das war der knopf überhaupt jo als ahaha das war gut hat es sich doch gelohnt die hofnummer anzulassen die lösche ich keine bewachsen schlechter verlierer nennt man das auch leider gibt es noch zwei andere beweise ah ja ja umweltverschmutzung oder so ähnlich das ist umweltverschmutzung ey leute das geht wirklich wo bin ich jetzt bin außerhalb der map hä? wo landest du cool ich werde elkses ist es ja ja immer ich ne ja du bist so aufgeregt wir waren zwei hintereinander traiter gut ich war drei hintereinander traiter hä? ich war nur einmal ihr wursts mundi war noch gar kein mein traiter kann das sein was? mundi war das warst du schon irgendwann mal traiter? ja ja nur ich bin immer sofort gestorben es ist so schön dich zu sehen schau sie draus was? mundi? extra? ich war es nicht als ob extra was bei mir war es nicht bei mir war es nichts ich habe auch so ein youtube video gestartet da kam werbung schat warum hast du ein youtube video gestartet du genie da kam werbung ja 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 das kannst du dass das auch geht mit exos mit musikton ich schweiß das Paz und ich hau drauf und exosiert der scale ist tot hast du es echt nicht gesehen? ich habe explosionsfass mit magnetstück genommen ich habe es in die ecke geschmissen in einen anderen raum und dann skelly haut drauf boah Max und dann zerreißt es sie neben mir ja ja ernsthaft ja okay ich gehe das fast gegen meine Fresse gehauen ich sage ist egal scheiß drauf hast du echt falscher raum tja ich habe die hoffen immer an mein spaß ist der raum? wo ist das magnet? wo ist das nächste Fass? hey skelly du bist doch tot wo ist das einer? okay vergiss es ich habe es gefunden wo ist das nächste Fass? helf brauche ich nett was muss man dafür machen hier bitteschön ja helf schön heil mich mal brauche ich nett danke dafür ah das weiß ich es irgendwie auf der web sind diese knüpfe verzeiht wir müssen sie alle aktivieren damit man hier was aktivieren kann okay verstehe nein 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 du schiebst mich nicht runter netter Versuch shit er ist das oder? sieht anders aus übrigens ich habe keine Scheißposition das ist echt doof ich habe keine Scheißposition das ist echt doof ich glaube wir haben vergewaltet mich grad wie du jetzt hast du das? ich bin im draußen äh was machst du da mit der Leiche? vergewaltet dich doch nicht hab ich dir irgendwas getan? boah hast du auch nicht so keine Ahnung irgendein Aggressionsproblem Alter 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 ich kann nicht Axos wo bist du? oder wer ist tot? doch Axos 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 kommt ja ich bin der Traitor YouTube das ist gar nicht was zu witzig habe ich schon keinen Witz mit dir der hat den halben Aufzug damit rot gefärbt danke dafür der ist so pink der kommt keine Farbe durch übrigens Axos ich wollte dich mal eigentlich umbringen damit ihr belehnt dir die schauengedäfte Sniper dir geben achso ja warum machst du es nicht? du warst ja schon hier oben meilenweit weg du hast doch mich verprügelt ich war mal ja und ich Dödel habe vergessen den Diffelbrader zu kaufen anstatt das ich kaufe ich Bumerang und einfach ich habe mit Moni Pay ich habe mit Moni Pay ein bisschen im Aufzug geredet ich konnte nicht mehr oh Gott ne mach das nie wieder ich konnte nicht mehr zu beim lachen ich bin zusammengebrochen ey wie aktiviert man überhaupt diese ganzen Teile hier denn als denn als Traitor kann man hier Creditsicht gönnen ach du ey ich dachte schon die Kirsen hat ihre Tage du drückst einfach nur ey irgendwie will ich zu fett für ey irgendwie will ich das jetzt in der Aufnahme sehen wie das auch sah im Fahrstuhl auf einmal doch ne ich habe mich angelassen ich doch auch ich hab noch an ich hab noch an wer hat an Aufnahme oh ich dachte du hast es ausgemacht weil du keinen Bock hattest nein wieso ich dachte weil jetzt klar Leute diese Knöpfe die man hier auf der Map tut sind für dieses der Perwin also der ist mit dem grünen Kreuz hier na was denn jetzt seht ihr das Gebäude mit dem grünen Kreuz wenn ihr da auch die wenn ihr da hier ein paar Sachen aktivieren tut dann aktiviert sich da drinnen was und Scally ist gestorben nein ich hab wieder Anheilung ich hab wieder Anheilung ich hab wieder Anheilung ne doch nicht Hallo du bist Träter also hä ne du willst mich tot sehen ja aber du weil ich dachte du wärst du weißt du klangst du nein als du drunter gesprungen wärst meine Schreie sind nicht immer das was du denkst wer ist denn hier? ich hör jemanden doch ex nee das ist gelieb ex ex und ähm Mundi Pay verbrüngt sich mit dem Fahrstuhl kann das sein? nein wie kommst du darauf ich lese du mal weißt du schon Schaden gehabt weil ich runtergefallen bin ja ich lese es doch von ich hab's doch von Meilenweit gesehen ah der ist gewonnen der ist gewonnen na irgendeiner von euch bei irgendeiner irgendeiner von euch hat die hier irgendwie ähm ein Duell gemacht ex und der hat gewonnen wie bist du das wissen? bist du schwächer? äh ich hab ihn gesehen warum ist der Fahrstuhl kaputt? wie er ist kaputt? warum liegt der Stuhl? ja ich glaube Mundi hat seinen eigenen Mundi äh ich glaube der Exus hat seinen eigenen Fahrstuhl später auf alle genutzt cool aussieht der explodiert gar nicht er bleibt einfach nur stehen ja vor allem ein Lord hinter mir her haut mir eine rein und läuft weg und denkt also hoffentlich fährt der Fahrstuhl vorher weg ja chiefy wo bist du? beim Fahrstuhl äh beim Gondel und verpfüllte ok ne doch nicht scheiße steckst du bis es am Tod ich steck fest was ist das? hier ist Nackgaste eine gute Idee hey wo bin ich denn jetzt? ich bin im Gefängnis bist du tot? hä ich bin runtergefallen jetzt hocke ich hier im Gefängnis bist du tot? ich bin in ja natürlich bin ich tot äh chief bleiben stehen chief bleiben stehen chief ich weiß es gibt einen ich weiß es gibt einen regulären Weg zu den Gefängnissen ja das ist der hier ja nee du bist ja eben dran vorbeigelaufen weil ich deinen Namen gerufen hab ja genau ja genau schädig ja toll warum dann ich hier drin? ah du bist durch you have you have found a little kills von Kombi von äh Mundipay ach du hast bisschen Schaden bekommen durch Mundipay oder ich dann drauf keine ahnung stand irgendwas drauf oh oh was das ah ich hab ihn aus ich ich hab die Kamera so geöffnet dafür äh es ist Skelly der Trader bin ich der Trader dafür bist du ein bisschen zu dick hä Moment bist du tot? ja schon lange oh warte 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 ich mach dir ein Angebot ich zeig dir was ich zeig dir was okay ach mit rechts ach mit enter kann ich die kann ich die chief 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 komm 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 verschone mich einfach okay ich zeig dir was hübsches ich zeig dir was hübsches ich hab ein secret gefunden was bist du komm zu mir komm zu mir komm zu mir ich zeig sie okay du verschonst dich ähm du weißt doch dieser eine Knopf mit den ganzen Orten sag ich jetzt mal oh den ja komm mal zu mir bitte also das grüne Kreuz sagen wir auf gut Deutsch ja ich hab zwei secrets gefunden cool auf dem Dach bist du beim Friedhof bist du beim Friedhof bist du beim Friedhof hallo beim Friedhof juhu du hast du gesagt du bist beim roten Kreuz äh ich sagte am Friedhof ja ich konnte doch nicht wissen komm mit Moni alt komm mit komm mit komm mit die Taste bist du da na komm mit äh ja ich halte das Fass von meiner Fresse nicht dass du mir einen kleinen Handy verpassen willst wirf das Falk wirf das weg mal das Fass siehst du die Wand da die hier Moment geh durch ich bin tot bist du nicht ja geh durch ah ja kannst du was mit den Ktoff da jetzt machen hinter dir ähm wie wärst du gehst mal hoch die Leiter also kannst du mit den Ktoff hinter dir was machen ich versuch's mal und außerdem beim Kreuz gab's anscheinend was cool ich konnte irgendwas anstellen ja du kannst sogar Credits dir gönnen sogar als Traitor soweit ich weiß cool lol einfach nur so du hättest gebracht dieser Schlüften irgendwas kann man doch anstellen hier ist sogar ein Knopf macht den Trailer nein was dem war ich die ganze Zeit drin und wollte zu dir hinrautschen aber trotzdem Alter du hättest mich fast getötet aber in der Versuch du willst doch wieder rein hier bitte Exos 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 bist du echt erschrocken als ich dir in die Fresse gehauen habe ja ok ich teleportier mich irgendwo hin ok du duplizierst dich äh in der Nähe vom äh wo warst du wär ich unter dem Map ist so ein äh nieder einer Kasten da ist eine verbrannte Leiche drin ja die hab ich gesehen glaub ich ich nicht hä kann man irgendwas hier anstellen los mal du musst irgendwas hier drücken anscheinend um diese Knöpfe hier aktivieren diese Knöpfe in den in den grünen Kreuz also aktivieren die Katzen im grünen Kreuz man kann sich Heilung kostenlos holen so wie auf bürden nein nein in den raum ich nicht hin geführt mein ich achso Ja, was der Innozent für Aufgaben hat und was der Trailer für Aufgaben hat, habe ich gerade gefunden. Hä, echt? Das steht genau da, wo du mich umgebracht hast. Und ähm... Ah, es ist Monty Pay. Au! Monty Pay hat Drohnenaktiviert. Ich höre die Teile schon. Ich bin tot, ich bin Toast. Äh, ich bin tot. Toast, ich wusste! Ich wusste, es kommt wieder! Die Leichen, die Drohnen, die kaputten, ne? Die landen unten auch im Gefängnis. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Ist es, ist es? Ja. Monty Pay. Was denn jetzt? Mond extra, entscheid dich doch mal. Darf ich aber drehen? Ich bin tot. Au, da hält die Klappe. Ja, es ist nur ein Klappe. Geh über dich auf den Stack, du Drohne! Such dir ein Hobby, verdammt! Aua. Wo hockt der mit den Jankett? Gerne. Da hockt der. Tschüss! Sieht gerade so gut aus, wie du mit den Drohnen verfolgerst. Nein, was ist mit mir in Ruhe? Leg ihn da oben! Na eigentlich. Ja, na, hey! Hab ich ihn? Ja, hab ich ihn? Hä? Hä? Willst du was schrauben? Die Drohne hat dir die Drohne. Guck mal. Die Drohne hat dir einfach einen Bitchslip von Nissen gegeben. Ah! Was war das denn? Diese... Liest ihr... Liest mal bei mir, was da drauf steht. Na gut. Guuuut. Doom. Genervt. Es ist irgendwie das Original-Doom-Map. Das alte Klassiker. Jetzt geht die Abmacht. Abmacht. Ja, ja, warte doch mal. Also dann, Leute. Wir schauen uns mal in eine neue Folge. Also dann, haut raus, man sieht sich. Tölölö. Haut raus? Ja, haut raus. Genau. Ihr solltet. Ihr solltet. Untertitelung des ZDF, 2020